Das Reich der sieben Höfe. Flammen und Finsternis. Von Sarah J. Maas. Gelesen von Anfielhaben und Simon Jäger. Eine Produktion von der Audio Verlag. Vielleicht war diese Dunkelheit, diese Zerrissenheit schon immer ein Teil von mir gewesen. Vielleicht hätte jemand, der hell und heil war, sich den Dolch aus Eschenholz ins Herz gestoßen und den Tod gewählt, anstatt des Lebens, das vor mir lag. Überall war Blut. Ich war wie erstarrt und meine verkrampfte Hand konnte den blutverschmierten Dolch kaum noch halten. Tief in mir zerriss ganz langsam etwas, beim Anblick des Leichnams zu meinen Füßen. Ein junger Haifei, dessen Körper schon kalt wurde. Gut, raunte Amarantha auf ihrem Thron. Der Nächste. Ein weiterer Eschendolch wartete auf mich. Ein weiterer Fei kniete vor mir. Eine Frau diesmal. Ich kannte die Worte, die aus ihrem Mund kamen. Das Gebet, das sie sprach. Ich wusste, dass ich sie töten würde. Genauso wie ich den jungen Fei getötet hatte. Ich würde es tun, um sie alle zu befreien. Um Tamlin zu befreien. Ich war die Mörderin der Unschuldigen und die Retterin des Reichs. Lass dir ruhig Zeit, meine liebe Farrah, höhnte Amarantha, deren rotes Haar genauso feurig leuchtete wie das Blut an meinen Händen. Das Blut, das ich über den Marmorboden ergoss. Mörder. Schlechter. Monster. Lügner. Verräter. Ich wusste nicht, wer damit gemeint war. Die Grenze zwischen mir und der Königin verschwamm immer mehr. Der Dolch glitt mir aus den Fingern und fiel klappern zu Boden, wo er in einer Blutlache liegen blieb. Kleine rote Spritzer besudelten meine abgewetzten Stiefel. Das einzige Überbleibsel aus meinem alten Leben als Mensch. Das so weit hinter mir lag, dass es mir manchmal wie einer der Fieberträume vorkam, die mich in den vergangenen Monaten so oft geplagt hatten. Ich wandte mich der Faye zu, die auf ihren Tod wartete. Ihr Antlitz wurde von einem Sack verhüllt, aber sie hielt den schlanken Körper aufrecht. Sie war bereit für den Tod von meiner Hand. Bereit, sich für die Freiheit der Faye zu opfern. Ich griff nach dem zweiten Eschendolch, der auf einem schwarzen Samtkissen lag. Der Griff war eiskalt in meiner heißen, feuchten Hand. Die Wachen rissen der Frau den Sack vom Kopf. Ich kannte das Gesicht, das mich da anstarrte. Die blaugrauen Augen, das goldbraune Haar, der volle Mund, die hohen Wangenknochen, die Ohren, die sich jetzt zierlich zuspitzten, die Glieder, die jetzt vor Kraft strotzten, die ganze machtvolle Gestalt, deren einstige menschliche Unvollkommenheit von einem zarten, unsterblichen Leuchten abgelöst worden war. Ich kannte die Leere, die Verzweiflung, die Schande, die in diesem Gesicht standen. Meine Hände zitterten nicht, als ich ausholte, als ich die feindliedrige Schulter packte und in dies verhasste Gesicht blickte. Mein Gesicht. Und mit aller Kraft stieß ich den Dolch aus Eschenholz in mein wartendes Herz. Und mit aller Kraft stieß ich den Dolch aus Eschenholz. Und mit aller Kraft stieß ich den Dolch aus Eschenholz. Und mit aller Kraft stieß ich den Dolch aus Eschenholz,